Guten Morgen verehrte Zuschauer, mein Name ist Joe Moser, ich bin Chefpilot der LTU. Zusammen mit meinem Kollegen Sascha Mertens freue ich mich besonders, Sie heute mit zum Nordpol zu nehmen. Ein Sonderflug, etwas ganz Besonderes, auch Historisches. Es hat früher noch nie eine deutsche Fluggesellschaft gegeben, die einen solchen Flug, einen Rundflug zum Nordpol durchführt. Ich denke, es wird interessante Bilder geben und freuen Sie sich mit uns auf diesen Flug. Ich denke, wir werden auf einen Rundflug, einen Rundflug. Check, fluss set, 100 knots. Check. B1, rotate. Positiv climb. Gear up. Ihr Possible Training Flight, ist das korrekt? Es ist ein Polar-Flight. Ja, das habe ich mir gedacht, habe ich in der Süddeutschen gelesen. Würdest du gerne direkt Routing haben? Ja, natürlich. Ja, ich mag direkt Routing, natürlich. Danke. LTO-9999, answering cell call. LTO-9999, answering cell call. LTO-9999, answering cell call from Oceanic. Das ist ein Traum. Aber ich sehe keinen Menschen. LTO-7, good evening, identified. Ah, oben drüber. LTO-9999, send flight level 7-0. LTO-9999, sending flight level 7-0. LTO-9999, sending flight level 7-0. LTO-9999, send flight level 7-0. LTO-9999, sending flight level 8-0. LTO-9999, send flight level 7-0. LTO-9999, sending flight level 8-0. 30-30. Rebok, send access cell. Du, in der PSG, Dos. Tor 36, kurz nach rechts. Ach, die stehen da schon. Rechts neben der Air Madrid. Ja. Düsseldorf Tower, Frankfurt 006, Good evening, established on LS051. Bei den wenigstens schönes Wetter am Nordpol. Super, super, einmalig.